Yeah, sorry ladies and gentlemen, boys and girls, was geht ab? Ich bin's Baschkix für euch im Start mit einem neuen, freshen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich also wie immer mega, dass ihr eingeschaltet habt, denn wir vergleichen heute miteinander zwei Slides und zwar einmal den Adidas Yeezy Slides Onyx mit dem Nike Calm Slide. Welcher davon im Endeffekt für mich persönlich besser ist und in Frage kommt, erfahrt ihr, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Ich würde sagen, let's go! So, ja Leute, doch bevor wir anfangen, kommen wir als allererstes erstmal zu einem dicken Shoutout an meinen Brudi, der mir den Nike Calm Slide schon viel früher besorgt hat, weil er wachsam gewesen ist. Und zwar hat er vor einigen Tagen mich kontaktiert bzw. mich gleich direkt angerufen und hat gesagt, yo Baschkix, ich habe für dich den Nike Calm Slide bereits eingetütet. Es gab nämlich einen Shock Drop, den ich natürlich komplett verpasst habe und er wusste, sehr aufmerksamer Typ, dass ich halt den Nike Calm Slide unbedingt im Black Colorway haben möchte. Also hat er was gemacht? Richtig. Er hat ihn direkt für mich einfach ohne zu überlegen gekauft. Brudi, ich danke dir vielmals, dass du mir den Schuh schon early geklärt hast. Ich bin also zu ihm nach Berlin gefahren und er hat mir den Nike Calm Slide gegeben und jetzt gibt es erstmal ein Vergleichsvideo. Leute, wenn wir uns doch gleich ganz zum Anfang die beiden Kartons ansehen bzw. als allererstes den von dem Nike Calm Slide, dann sehen wir was. Es ähnelt auf jeden Fall schon mal so ein bisschen dem Adidas Karton. Ich meine, man hätte auch was anderes machen können, gerade weil es irgendwie solche Slides sind und so. Also, anyway, er erinnert mich auf jeden Fall so an die Adidas Yeezy Kartons. Ja, ich weiß, die Off-White Kartons waren auch so, aber für den Slide hätte man sich eventuell was anderes einfallen lassen können. Man hätte eine andere Farbe nehmen können, ein anderes Design nehmen können bei einem neuen Slide. Anyway, wir haben einen ähnlich angelehnten Colorway im selben Karton wie den Adidas Yeezy Slide, auch jetzt bei dem Nike Calm Slide. Doch machen wir weiter mit dem Nike Calm Slide. Ich habe ihn rausgenommen und musste bzw. gleich feststellen, dass dieser Slide heavy ist. Kein Spaß, er ist auf jeden Fall schon mal gleich viel schwerer. Ich habe mich schon so ein bisschen erschrocken, als ich den Karton angehoben habe. Da dachte ich mir schon, was ist das hier für ein Klotz? Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat sich bestätigt, dass der Nike Calm Slide auf jeden Fall schon mal schwerer ist. Wenn ihr unten gegen die Sohle einmal klopft, dann merkt ihr, dass die auf jeden Fall sehr robust und hart ist. Was mich an erster Linie erstmal so ein bisschen erschrocken hat, denn ich dachte, es wäre auf jeden Fall alles so komplett soft. Nein, ist es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, was die Sohle angeht, ist schon mal Team Slide auf jeden Fall ganz, ganz, ganz weit vorne. Und auch was das Gewicht angeht, ist der Adidas Yeezy Slide 10.000 Mal leichter und er fühlt sich einfach viel luftiger am Fuß an. Das heißt, das ist schon mal ein ganz klarer Punkt für die Yeezy Slides. Ich muss nämlich auch ganz ehrlich sagen, dass wenn man länger in den Nike Calm Slide drin steht, er auch irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen, er ist wirklich nicht so bequem. Er ist leider Gottes nicht so bequem wie die Yeezy Slides. Es tut mir leid, sorry Leute. Alle, die sich jetzt gedacht haben, yo, Nike ist am Start, ich bin Team Nike. Ey, es ist eine geile Aktion, dass Nike auch auf den Slideschuh mit aufspringt, aber ich muss euch sagen, hey, überzeugt euch selber und holt euch einen Adidas Yeezy Slide. Ich sage euch, ihr werdet genau das gleiche sagen wie ich. Ich habe mich auch bei diesem Slide, bei dem Nike Calm Slide für eine Nummer größer entschieden und ich habe auch alles richtig gemacht. Denn ich muss auch ganz ehrlich sagen, entweder weitet sich oben noch so ein bisschen dieser Spann oder ich muss jetzt schon sagen, obwohl ich ihn eine Nummer größer genommen habe, er mir am Spann doch ein klein wenig zu eng ist. Von der Größe her passt es, wie gesagt, ihr müsst das alles selber rausfinden. Ich habe mich für eine Size Up entschieden, also sprich für eine Nummer größer und muss ganz ehrlich sagen, hätte ich ihn also True to Size genommen, dann wäre ich, glaube ich, so ein bisschen bitter enttäuscht gewesen oder er wäre halt ziemlich eng und ich wäre nicht pleased damit. So, wie gesagt, kann ich nichts falsch machen, ich habe ein bisschen Luft drin und er ist dann so angenehm zu tragen. Was den Colorway angeht, ist er auf jeden Fall sehr nice, denn er ist komplett schwarz und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses kleine Nike Zeichen an der Seite finde ich auch total Bombe. Ansonsten, wie gesagt, kann man nicht weiter viel sagen zu dem Schuh, er hat wenig Erkennungsmerkmale, außer dass die Einlegesohle da drinne so geriffelt ist. Woran ich mich noch so ein bisschen gewöhnen muss, weil man es auf jeden Fall sehr extrem merkt unter dem Fuß und ich dann auch noch nicht ganz so weiß, was ich davon halten soll. Ich bin jetzt ein paar Meter damit gelaufen und stand hier schon etwas länger damit rum und muss nach wie vor sagen, ich habe mich noch nicht daran gewöhnt. Beim Slide schlüpfe ich rein, Mund zu, es ist einfach ein geiles Gefühl, was ich leider bei dem Nike Calm Slide noch nicht habe, deswegen geht es auch wieder an einen weiteren Punkt, an den Yeezy Slide. Kommen wir zu den beiden Preisen. Ihr habt auf jeden Fall für 50 Euro einen coolen, sage ich mal, Sommerslide bei den Nikes. Ihr könnt nichts falsch machen für 50 Euro, ich weiß, es ist immerhin noch ein stolzer Preis, aber ich denke, wenn ihr sagt, yo, ich will die Dinger unbedingt haben, weil sie cool zu Shorts kommen oder einfach so im Haus, auch mal gegebenenfalls mit einer langen Hose und ich möchte den unbedingt haben, macht ihr natürlich nicht falsch. Im Gegensatz zu den Yeezy Slides sind sie 20 Euro günstiger und werden euch auch absolut nichts bis dato im Resale bringen. Ich habe mal die Preise ein bisschen beobachtet, jetzt bekommt ihr die momentan für 10, 20 Euro mehr. Das heißt, wartet auf jeden Fall ab, denn ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn ihr den Nike Calm Slide jetzt am 14.07. nicht bekommt, werdet ihr den immer und immer und immer wieder bekommen, denn Nike macht da jetzt kein großes Ding raus und wird die auch nicht limited lassen, das heißt, kauft die auf gar keinen Fall im Resale, Finger weg. Das heißt, was das Ganze preislich angeht, sind wir bei einem ganz klaren Punkt bei Nike. Was natürlich auch ganz cool ist, sind die Colorways. Ihr habt gesehen, die gibt es in verschiedenen Colorways, die uns dennoch erwarten werden, worauf ich dennoch weiter gespannt bin. Ich habe bis jetzt nur den Black, also den Noir, also den schwarzfarbenen und würde mich für diesen Jada Ice nochmal vielleicht eintragen, jetzt am 14. Juli, einfach weil der jetzt für den Sommer nochmal perfekt ist, zu kombinieren und auch nochmal so ein bisschen die Sommerfarben repräsentieren. Deswegen würde ich nochmal dem Ganzen eine Chance geben und sagen, yo, komm her, ich tüte den am 14.07. hoffentlich nochmal ein. Also wie gesagt, die waren jetzt vor ein paar Tagen direkt ausverkauft, also gerade in den größeren Sizes und damit hat es jetzt also erledigt. Aber diesmal werde ich wachsam sein und werde bestimmt ein eintüten. Ihr könnt mir an der Stelle gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt vor den paar Tagen auch Early Access bekommen habt, beziehungsweise auf die Nike Homepage gegangen seid und schon welche eingetütet habt. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, welchen ihr von den beiden bevorzugt. Ob ihr sagt, ey, der Nike hat mich sowas von abgeholt, ich trage jetzt nur noch straight Nike Slides. Oder ob ihr sagt, könnt ihr komplett vergessen, ich bin und bleibe Team Slides. Denn das sind auch meine Schlussworte, ich werde auf jeden Fall weiterhin Team Slides bleiben. Egal, ob das der Flex ist, ob das der Glow in the Dark ist, ob das der Onyx ist, ich werde immer bei den Slides bleiben. Denn die sind auf jeden Fall richtig, richtig nice zu kombinieren und sind irgendwie so schon Legende. Einige Jahre auf dem Markt und haben schon einen Legendenstatus erreicht. Da hat sich der liebe Herr West auf jeden Fall was sehr, sehr, sehr Zeitloses, Nices ausgedacht. Leute, wie gesagt, vergesst mich auch nicht auf Instagram zu abonnieren, denn da erhaltet ihr immer welche News, wo, wann, wie, wo ich bin. Deswegen war ich letztens auch in Berlin, habe eine kleine Story gemacht, deswegen, damit ihr nichts verpasst. Checkt mich auch auf Instagram, da teaser ich dann auch immer wieder neue Videos an. An der Stelle könnt ihr auch gerne meinen Kanal hier abonnieren und hier geht es zum letzten Video. Ich würde sagen, stay tuned, bleibt und fliegt, passt auf euch auf, haut rein, euer Baschkix. Peace.